You and I till the end Don't need to pretend again and again We'll stick together Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Family Vlog Wir haben heute Mittwoch, also einen Tag nach Milas Geburtstag Und wir haben es jetzt bereits, ich glaube Viertel nach 10 oder so Und normalerweise würde Mila ja in die Kita gehen Ich habe gestern auch noch bis irgendwie 0 Uhr in der Küche gestatten Und den Kuchen für die Kita gemacht Aber heute um 8 haben die angerufen und gefragt, ob wir wieder zu Hause bleiben können Weil wieder richtig viele krank sind Und Milas Bezugserzieherin oder die Bezugsperson, die Erzieherin da, wäre alleine da mit den 8 Kindern Und ich kann das vollkommen verstehen, dass sie dann fragen Weil das muss ja nicht sein, dass dann auch die Kinder vielleicht, also gerade die Kleinen irgendwie Dann zu kurz kommen und Mila ist ja noch nicht wie gesagt 100%ig eingewöhnt Dann kann ich das vollkommen nachvollziehen Aber es ist natürlich schon ein bisschen ärgerlich Vor allem wegen dem Kuchen Also wie gesagt, ich habe den jetzt noch gebacken Und wenn wir jetzt morgen in die Kita können, dann nehme ich den auch mit Ich hoffe, dass er dann nicht zu trocken ist Wenn wir Freitag erst hin können, dann würde ich wieder was anderes machen Weil ich glaube dann, ja, man, total ärgerlich irgendwie Und ich hatte auch eigentlich damit gerechnet, wenn sie in der Kita ist, dass ich hier in Ruhe aufräumen kann Weil die Küche sah aus, das Geschirr hat sich irgendwie gestapelt Der Spüler war voll und, oh, naja, heute habe ich es dann irgendwie jetzt nebenbei gemacht Mila hat hier gespielt, sich irgendwie so beschäftigt Aber Mila ist ja so eine Wilde, dann ist die hier und da und überall Und dann rennt man irgendwie 100 Mal hin und her Aber es hat irgendwie geklappt Es sieht aber trotzdem noch sehr chaotisch aus Also hier liegt noch alles rum Ihre Geschenke sind hier noch überall Hier sind noch die Ballons Da hinten die Deko, die hängt noch, weil ich die ja so schön finde Aber das mache ich dann nachher noch Auf dem Tisch stehen noch einige Sachen Und, ja, werde ich das nachher auf jeden Fall nochmal aufräumen Beziehungsweise gleich Ich will auch gleich nochmal Wäsche anstellen Ich will nämlich gerne die Bettwäsche und alles waschen Damit wir das jetzt auch mal die Tage machen können Ne, Schatzi? Oh, Vorsicht! Warte! Mensch! Wohin mit dir, hm? Und nun? Und nun? Hm? Übrigens, vielen, vielen Dank für die ganzen Glückwünsche Bei Instagram haben wir schon wahnsinnig viele Nachrichten bekommen Und Kommentare Und auch hier unter den Vlogs Und, ja, vielen, vielen Dank, dass ihr alle so lieb an Mila gedacht habt Und ihr gratuliert habt Und ihr ganz viele gute Sachen gewünscht habt Also, hat mich sehr gefreut, das alles zu lesen Mila hat jetzt scheinbar hier ihren Platz gefunden Die Küche sieht mittlerweile einigermaßen aus Also, das Geschirr war echt bis oben hin Hier stand alles voll Und, ja, so schade hier mit dem Kuchen Ich habe so einen normalen Rührkuchen gemacht Mit Schokoglasur Mit ein bisschen Goldstaub Das ist einfach weiße Kuvertüre gewesen Die ich eingefärbt habe Und ich sollte das noch bunter sein Aber es hat dann doch nicht so geklappt Und deswegen, ja, ist das jetzt das Ergebnis Ich, ja, wie gesagt, weiß nicht, wie das dann ist Ich weiß jetzt auch nicht, ob sie die Tage überhaupt in die Kita geht Geht halt dir, das ist der Kuchen Da kannst du nicht ran Nee Und bevor Mila jetzt gleich Mittag isst Und dann schläft Habe ich gedacht Zeigen wir euch mal eben ihre Geburtstagsgeschenke Weil das einige interessiert hat Wobei ihr einiges auch schon gesehen habt Weil ich euch ja vorweg schon was von den Bestellungen gezeigt habe Oder vom Geschenke einpacken Und, ja, aber dann zeige ich es euch jetzt nochmal Im Gesamten Das erste Geschenk habt ihr auch schon gesehen Das kam von meiner Schwester Das ist von Haber Dieser Holz, ähm, Besteckeblumengarten Nee, Steckspielblumengarten, so heißt es Und wir hatten es gerade schon ausgepackt Aber das werde ich erstmal noch einen Moment zurückstellen Ähm, weil sie da so direkt nichts mit anfangen kann Und dann die Sachen nur annagt Das finde ich dann ein bisschen zu schade Ja, aber das interessiert dich, ne Und sie hat sich in diesen kleinen Karton gesetzt Ich hatte den auf, war kurz in der Küche, komm wieder Und sie sitzt in diesem kleinen Minikarton Wenn ich dran denke, blende ich euch mal ein Bild ein Voll berückt Dann kam Was heißt dann kam Es kam nicht an Juliens Eltern haben das Bobbycar geschenkt Ähm, wir hatten erst überlegt mit einem Laufrad Es gibt ja auch welche für kleinere Oder die ein bisschen stabiler sind Nicht umkippen Aber dafür ist sie auch einfach noch zu klein Und, äh, zu dem Bobbycar Gab es dann auch hier diese Schiebestange Sodass wir sie dann halt schieben können Und, äh, von Juliens Schwester Gab es diese Schiebe-Watschelente Da war sie gestern auch total begeistert von Ja, das gab es dann Liegen hier überall schon die Becher rum Von diesem Stapelturm von Ikea Den haben wir jetzt ja noch geschenkt Dann von, ähm, der Zuschauerin Äh, die hatte ja ein ganz großes Paket geschickt Ähm, da war auch diese dicke, flauschige Jacke drin Total niedlich Hier mit diesem Häschen Genau Und das ist zwar Größe 92 Aber das kann sie trotzdem schon tragen Also so als kleinen Mantel Die Ärmel krempeln Das wird funktionieren Dann hat sie von uns ja noch Diesen Spieltunnel bekommen Das hatte ich ja auch gezeigt Von Juliens Schwester Gab es noch hier so eine Spardose Da haben auch schon einige direkt Geld da gelassen Dann gab es natürlich ein paar Karten hier Und von unseren Nachbarn sogar noch Geld Total lieb Und, ähm, dann hat sie hier noch Bücher bekommen Einmal, was ziehe ich heute an Und ich gehe in den Kindergarten Dieses Bettdecken und Kissen-Set Habe ich euch ja gezeigt Genauso wie die, ähm, Bettwäsche hier Also mit Sternchen einmal eine Biberbettwäsche Und einmal so eine normale Von uns gab es ja noch dieses Nachtlicht Hier mit dieser Eule und diesem Leuchttring Also man kann sowohl als auch nutzen Nur die Eule oder beides Nur den Ring Und man kann dann noch die Helligkeit hier verstellen Von der, achso, das war jetzt wahrscheinlich der Ring Ja, das ist die Eule Also, ähm, ja, total niedlich Haben wir gestern schon genutzt Und das funktioniert auch mit Geräuschsensor Das heißt, wenn sie in der Nacht weint Springt das Teil an Und schaltet sich dann auch nach der Zeit wieder ab Also, ja, ich finde es auch einfach richtig niedlich Ich mache jetzt gerade Milas Nudeln Das sind wieder diese von Freche Freundin Na ja, freche Freunde Diese Gemüse Nudeln Wir kaufen sie immer bei DM Ganz viele schreiben mir, dass sie die nicht finden Ich weiß nicht, ob es die nicht in jedem DM gibt Und Mila beobachtet gerade wieder die Bäume Aber da hängen gar keine Blätter mehr dran Und wir haben eher zum Geburtstag noch dieses personalisierte Kinderbuch geschenkt Und das ist ja immer noch nicht angekommen Und ich hatte da jetzt hingeschrieben Und wahrscheinlich ist das auf dem Postweg verloren gegangen Sodass ich das jetzt nochmal anfärbe Und nochmal zu schicken Ich hoffe, das kommt dann bald Und ja, jetzt gibt es gleich erstmal Mittag Dann geht es ins Bettchen Die Mauer ist nämlich schon ordentlich müde Obwohl die heute bis viertel vor acht Uhr so geschlafen hat Und dann melde ich mich danach irgendwann wieder Es ist jetzt halb zwölf und Mila schläft Und ich habe mir hier einen Kaffee gemacht Und noch ein Stück von einer Torte genommen Und mache jetzt ganz entspannt eine Pause Also seit dem Wochenende, glaube ich, war man nur am Rotieren Montag, gestern noch halt, bevor die Gäste kamen Und heute ist alles mal ganz entspannt Von daher werde ich die Zeit, in der sie schläft, wirklich nutzen Und gar nichts machen Nachdem ich gestern erst so unzufrieden mit der Torte war Muss ich sagen, dass die doch echt ganz gut geworden ist Also geschmacklich ist die, finde ich, sehr gut Und ich finde, die sieht so, also aufgeschnitten auch optisch ganz gut aus Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass Frosting hätte schöner sein können Und ich weiß nicht, ob ich das nächste Mal bei einer Torte Nochmal so ein Frischkäse-Frosting nehmen würde Oder eher dann Buttercreme oder irgendwas anderes Aber, ja, in der Kombi ist das echt ziemlich lecker Wie gesagt, ich habe hier meinen Kaffee Und werde jetzt gleich, ich denke, ein paar YouTube-Videos oder so gucken Und dann habe ich auf jeden Fall noch genügend Zeit, mich zu entspannen Bis die kleine Motte hier wieder aufwacht Mila ist eben aufgewacht von ihrem Mittagsschlaf Nach knapp zwei Stunden Genau, und du guckst jetzt schon die neuen Bücher an, ne? Na, puh auf, das hängt er fest Ja, hast du es dir da jetzt gemütlich gemacht? Und ich bin gerade dabei, Wäsche zu machen Ähm, ich hatte erst überlegt, direkt Milas Wäsche zu machen Weil ich ja auch die Bettwäsche waschen will Aber ich muss vorher noch eben eine andere Ladung waschen Also unsere Handtücher und so weiter Aber die können auch enttrocknen Dann kann ich nachher noch deine Sachen waschen Na? Wollen wir rausgehen, Mila? Jacke anziehen? Hier Deine Jacke anziehen? Hm? Ja, das ist deine Jacke Ja Mhm Wir waren mittlerweile mit Bruno draußen Mila hatte ihren Nachmittags-Snack Und jetzt wollen wir hier eben die Bettwäsche auspacken Emilia, du wolltest mir doch helfen Hier, da kannst du dran ziehen Zieh mal Hm? Zieh mal raus Jetzt nicht Oder geht nicht Ja, wir wollen die nämlich eben auspacken Damit ich die dann nachher noch waschen kann Damit wir, wie gesagt, die Tage mal das Bett beziehen können Guck mal Aber okay, mit einer Hand krieg selbst ich das nicht hin Warte, Schatz Ah Ah So, guck mal Hui Und dich interessiert wieder nur der Karton, ne? Der ist interessanter als alles andere Das war ja wieder klar hier Kann ich nämlich auch den Müll wegräumen Ach schön, das ist mit Reißverschluss Ja Richtig niedlich Aber die Biberbettwäsche ist bestimmt noch viel niedlicher Die ist nämlich schön flauschig, Bruni Schön flauschig Was machst du da? Hast du was im Karton gefunden? Ein Schnipsel Kriege ich den? Dankeschön Danke, mein Schatz Die ist echt so flauschig, diese Biberbettwäsche Richtig schön Die kriegst du zuerst aufgezogen, mein Schatz So Können wir nachher nämlich waschen Die andere Waschmaschine ist gleich fertig Und dann räume ich das erstmal noch ins Kinderzimmer Also Dieses Bettdecken-Set Ansonsten wird hier heute auch nicht mehr so viel passieren Also ein ganz entspannter Nachmittag Ich will hier noch die Happy Birthday Galante abnehmen Aber ansonsten, wie gesagt, machen wir jetzt nicht mehr so viel Julian ist auch von der Arbeit wieder zurück Und ja Nach dem Geburtstag gehen wir das ganz entspannt an, ne Mausi? Ja, Mila ist wieder mit irgendeinem kleinen Schnipselzettel da beschäftigt Und wie gesagt, wir räumen jetzt noch eben den Rest auf Und dann gucken wir, was wir heute Abend essen können Also eigentlich so wie immer Und ich würde mal sagen, eventuell bis morgen Ich weiß nicht, ich mache es nachher noch immer irgendwie so spontan aus Immer morgens, ob ich vlogge oder nicht Ich sage einfach, bis zum nächsten Mal Tschüss